hallöchen wir haben heute schon video 3 von der kooperation global land erreicht ich hatte euch ja schon das unboxing gezeigt und gezeigt wie man diese tasche macht und diese slimline karte und heute möchte ich einmal dieses set benutzen und ich möchte ein paar aufkleber erstellen das schöne bei diesem set war ja nicht nur dass es das thema nähen als hauptthema hat was mir natürlich gut gefällt sondern dass wir auch die passenden stanzen dazu haben und deswegen hatte ich mir schon ein bisschen was bereit gelegt einfach nur ein ganz normales blatt papier ganz normales drucker papier und ihr könnt natürlich auch festeres papier nehmen cardstock oder was auch immer und hier einmal doppelseitiges klebeband habe ich mir jetzt auch bereit gelegt und daraus möchte ich dann halt die sticker machen und wer lust hat zu shoppen geht auf diese seite und guckt sich die produkte einmal an aber bitte nach dem video jetzt wollen wir erst mal ein bisschen kreativ sein also los geht's um die sticker herzustellen ist es eigentlich ganz einfach wir brauchen etwas doppelseitige klebefolie und ein stück papier wie ich euch gesagt habe und dann kleben wir diese folie hinter das papier ich werde nicht die ganze folie benutzen da ich nur ein teil auch abstempeln möchte und deswegen machen wir das ganz einfach ich werde mir jetzt ein paar stempel raussuchen die ich gerne benutzen möchte und lege mir die auf das papier und dann sehen wir einfach wie viel platz wir benötigen ich möchte auf jeden fall die nähmaschine und das nadelkissen und die scheren sind super auch zum basteln zum beispiel wir können das auch alles sehr dicht aneinander legen da wir da ja auch die stanzen für haben wir müssen nur gucken die stanzen haben meistens noch einen kleinen rand und deswegen brauchen wir etwas platz dazwischen so das maßband finde ich auch sehr cool so und ich denke wenn wir das so auf auflegen sollte das auf jeden fall reichen dann mache ich mir hier eine markierung das mache ich relativ großzügig kann auch am besten mal bleistift nehmen sicher ist sicher und zeichne mir das einmal ein bisschen vor ich möchte nicht zu viel papier oder klebeband verschwenden wenn ich ehrlich bin kostet ja auch alles geld nicht so so das war jetzt das erste und das schneide ich mir dann jetzt zu ich mache jetzt einfach die stempel wieder runter das schneide ich mir jetzt zu da kann ich eine ganz normale schere nehmen muss ja jetzt nicht super gerade sein da werde ich mir hier die folie einmal öffnen also eine trägerfolie wir haben von beiden seiten eine trägerfolie und jetzt müssen wir natürlich schauen welche sich am ehesten ablöst wie immer die hintere ich weiß nicht woran das liegt so die machen wir uns jetzt ein bisschen auf kleben uns das papier drauf streichen das einmal fest und schneiden das auch auf also ab jetzt klebt die schere mit daran aber die kann man ja gut reinigen dann nimmt man dann einfach ein bisschen nagellack entfernen und macht die klebeflächen weg dann hätten wir das schon und das können wir jetzt wieder weg legen und fürs nächste mal benutzen damit wir das jetzt aufstempeln können nutze ich jetzt kein acrylblock denn ich möchte das einmal mit einer stempel hilfe machen das muss man nur schauen welche seite oben die richtige ist dann legen wir uns die stempel so auf wie wir denken dass die auch alle ordentlich passen und ich habe sogar noch mehr platz dann können wir noch das ein oder andere bildchen mit drauf legen so ein stück wolle und die garn rolle passt auch noch so ich finde das sieht ganz gut aus so und dann genau klebe ich mir das einmal etwas fest damit das auch nicht verrutscht einfach ein bisschen masking tape für ein bisschen mehr weil wir ja darunter diese schaumstoff platte drunter haben und das muss ja trotzdem irgendwie halten wenn ihr natürlich eine magnet platte habt ist das umso besser damit kann ich jetzt derzeit nicht dienen bzw hätte ich wohl doch im schrank aber gerade nicht griff bereit dann nehmen wir uns das einmal richtig auf und dann können wir das alles abstempeln ich nehme dazu mein ganz normales stempelkissen und mache jetzt hier die farbe drauf ich hoffe ich habe jetzt überall getroffen und dann drücke ich das einmal fest so ich mache jetzt um die farbe noch etwas satter zu bekommen nochmal farbe auf die stempel wobei das ergebnis schon relativ gut ist muss ich sagen aber ich möchte das alles noch ein bisschen schwärzer haben und das ist natürlich auch der vorteil an einer stelle mir gefällt das ergebnis sogar sehr gut jetzt nehme ich hier einfach meine platte raus legt die zur seite und kann mir dann dementsprechend meine stempel auch schon reinigen das mache ich mit ganz normalem klaren wasser und einem tuch normalerweise nehme ich dafür mein mikrofasertuch aber das steht gerade so viel drauf von meinem anderen bastelprojekt dass ich das jetzt gerade nicht nutzen kann weil ich keine Lust habe das alles auseinander zu räumen ich nehme mir einfach ein bisschen reststoff vom nähen das ist eine alte maske die ich mal auseinander genommen habe weil das dann ja irgendwann verboten war so dann kann man die stempel ganz normal reinigen die sind dann wieder richtig schön sauber dann kann man die noch ein bisschen trocknen lassen und fertig ist der anfang so jetzt können wir uns das alles noch etwas ausmalen wenn wir möchten oder wir können es erst ausstanzen und ausmalen wenn wir es brauchen oder wir lassen es schwarz weiß das liegt ganz bei euch wie ihr das gerne hättet ich lasse die jetzt schwarz weiß und wenn ich sie wirklich benötige mal ich sie mir vielleicht an das entscheide ich noch aber jetzt bringe ich mir erst mal die stanzen auf so dann haben wir hier einmal den und die beiden die schere die nähmaschine noch eine schere und das nadelkissen haben wir auch dann nehme ich mir hier mit einer zange die diese teile noch ab und dann bringe ich mir das einmal ordentlich auf das ganze sieht jetzt so einmal aus und das gute ist alle stanzen sind auch richtig rum es gibt ja auch stanzen sets die nicht richtig rum sind das habe ich euch ja auch schon mal gezeigt aber die sind super das schiebe ich jetzt einmal durch die stanzmaschine und dann schauen wir mal wie die ergebnisse aussehen ein paar sekunden später haben wir es auch schon geschafft und es sieht auf jeden fall sehr gut aus also es löst sich jetzt schon denn ihr müsst ja auch bedenken durch klebe folie ist es etwas schwerer zu stanzen das muss ganz klar sein es ist halt kein papier sondern das ist ja so eine folie und ich kann euch das jetzt einmal anhand eines beispiels zeigen jetzt ist natürlich das problem meine meine mein kleber wie heißt es noch gleich hier masking tape ist relativ fest geklebt aber ist nichts passiert so und so sieht das ergebnis aus großartig ich löse jetzt alle ab und zeige euch dann natürlich wie alle ausgelöst aussehen ich habe alles rausgetrennt und schon hierhin gelegt die sachen wo jetzt noch freiraum war die habe ich mir natürlich auch beiseite gelegt denn ich habe hin und wieder mal einen kleinen stempel dann kann ich den aufstempeln und auch als aufkleber benutzen so also ich finde diese stempel und stanzen total super also ihr könnt das jetzt sehen ich finde sie sind wirklich gut gelungen und ich habe nichts zu meckern bin sehr zufrieden damit und freue mich auch die schon zu verwenden und jetzt wenn ich die natürlich als aufkleber benutzen will ziehe ich einfach hinten die folie ab und nutze die als aufkleber und ansonsten wie gesagt wenn ich die jetzt noch bunt haben möchte kann man die anmalen entweder natürlich mit bleistift oder mit alkohol markern man muss nämlich aufpassen das ist halt ein stempelkissen auf wasserbasis wenn man da mit wasserfarben hantiert würde die farbe wohl mit verlaufen das kann ich also nicht empfehlen ja und das war jetzt auch schon video 3 hier nochmal die internetseite und meinen zettel kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon ich würde mich auf jeden fall freuen über jeden like kommentar jedes neue abo vielen vielen dank fürs zuschauen und ihr wisst ja wie es ist bleibt wie immer und vor allen dingen bleibt gesund bis bald genutzt